hey hey meine lieben juicies schön dass ihr wieder einschaltet wenn es heißt juicy time heute nach langer zeit wieder mal ein video von do's und don'ts aufgebrauchte produkte ja heute zeige ich euch die produkte die ich bis jetzt aufgebraucht habe und sage euch welche empfehlenswert sind und welche nicht bevor dieses intro wieder länger wird als das komplette video würde ich sagen lass uns direkt zum video ja meine lieben schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute das do's und don'ts video das hat sich die liebe die lara gewünscht liebe die lara wenn du das hier siehst dann wünsche ich dir viel spaß bei dem video und grüße dich ganz herzlich ja ich habe hier eine kiste mit aufgebrauchten produkten und gehen wir heute einmal gemeinsam durch und da sind auf jeden fall einige produkte dabei die absolut nicht empfehlenswert sind welche das sind werde ich euch dann jetzt zeigen wir fangen an mit dem setting spray das ist das dewy set von anastasia bevely hills das kommt in so einer in so einem packaging in diesem gold glitter ist aber auch leicht düssig vielleicht könnt ihr es hier in der kamera sehen ich kann es sehen ja das ist einer meiner favoriten in sachen setting spray und das tue ich gelegentlich mal immer wieder bestellen da ich einige favoriten habe im bereich setting spray habe ich ja immer einen wechsel genau aber das ist hier absolut ein super setting spray macht einen schönen dewy look und absolute empfehlung liebe ich ich habe das mal geprüft ob das irgendwelche schädliche inhaltsstoffe hat leider ist diese app die ich nutze das ist die toxfox nicht bekannt kann sein dass das produkt für die app noch zu neu ist oder nicht erfasst ist leider konnte ich hier keine weiteren informationen zu diesem produkt bekommen ja aber auf jeden fall ein super gutes setting spray benutze ich immer wieder gerne auch gerne im sommer ja dann kommen wir zum nächsten produkt und hier habe ich von isana das ist ein duschschaum und diesen duschschaum hatte ich auch in meinem italien urlaub schon dabei den habe ich auch ganz gerne gemocht ich liebe generell duschschaum vor allem in den wintermonaten finde ich das super super angenehm es umhüllt einen wie so ein warmer mantel beim duschen finde ich richtig mega hat auch einen super duft gehabt mehr so ein sauberwischer duft das war mit früchten himbeer und zitrone kann man auch hier gut erkennen und der hat sich genannt sweet feeling ja sweet feeling genau jetzt muss ich mal kurz auf meine notizen hier schauen ob da irgendwie schädliche inhaltsstoffe mit drin war aber bei diesem produkt absolut frei von von flüssigen kunststoff oder nanopartikeln oder alles das was nicht auf unserer haut sollte schadstoffe zum beispiel von daher von mir eine absolute empfehlung ist auch absolut günstig von isana ist ja die eigene marke von rossmann glaube ich ja kann man machen hat mir super gut gefallen würde ich mir auch wieder ein backup von holen so dann haben wir mein gehyptes farb diodorant von divine moments also beziehungsweise von far und nennt sich divine moments 48 stunden halt mir würden 24 stunden reichen oder auch um 12 ja dieses produkt bevor ich das gekauft habe hatte ich das schon mit meiner app geprüft und scheinbar war dieses produkt noch neu und der app unbekannt es gab also keinerlei keinerlei hinweise darauf dass hier irgendwie schadstoffe mit drin sind jetzt habe ich es gerade noch mal probiert und dann wurde mir was ausgespuckt und zwar enthält dieses produkt hormonelle schadstoffe benzylsalicylate ja das braucht kein mensch auf seiner haut und liebe liebes fahr team wie auch immer muss nicht sein absolut keine empfehlung werde ich zwar noch aufbrauchen aber auf gar keinen fall nochmal ein backup von muss kaufen und rate ich absolut von ab ja dann haben wir von bb diese abschminktücher ich bin ja gerade so richtig hype auf dieses rosenwasser das ist dieses rosiefarbene hier ja erfrischende reinigungstücher für normale haut mit rosenwasser erfrischt erfrischtes hauptgefühl sorgt es dafür und das gleiche habe ich auch nochmal hier als bb pflegende reinigungstücher trockene und empfindliche haut mit dem pride moment so und die habe ich auch mal durch die app gejagt und leider leider werde ich auch da und nach nicht mehr greifen auch hier sind enthalten flüssiger klebstoff acrylatis cross polymer die mit demitikon und deri deri martin ich habe es richtig ausgesprochen ja sowas braucht definitiv niemand auf seiner haut und auch nicht mal swatches abzuwischen von daher von mir hier für absolut keine empfehlung werde ich auch nicht mehr danach greifen das nächste produkt ist dieser concealer hier von dior ja dieser concealer war auf jeden fall super ergiebig den habe ich irgendwann gekauft im mai vor meinem urlaub zu italien und habe den bis zuletzt heute benutzt so ergiebig allerdings werde ich danach nicht nochmal greifen es wird kein backup geben davon nicht weil es ein schlechter concealer ist der concealer ist schon ein guter concealer aber lässt sich mir leider zu schlecht verblenden egal wie stark man blendet es hinterlässt immer nur noch so einen kleinen rand ich habe dann herausgefunden dass es sich mit einem pinsel mit einem make up pinsel nochmal besser auftragen bzw verblenden lässt ich zeige euch mal was für ein pinsel ich hier benutze das ist auch mein foundation pinsel von louvian ja wenn es mal wieder schnell gehen muss ah das ist so ein pinsel der ist fester gebunden ist halt eben für foundation und damit verblende ich den augen das funktioniert besser vom finish her macht das schon einen frischen look hat aber jetzt zum schluss soweit ich mich erinnern kann da ich ihn schon so lange habe und auch froh bin er jetzt aufgebraucht zu haben nach gewissen nach einer gewissen tragezeit creased er mir schon sehr stark und ja es kann aber auch sein dass es jetzt zum ende hinzu geht und halt so die reste des war und weil vorher kann ich mich nicht daran erinnern dass er so stark gekrießt hat und ja aber trotzdem nochmal würde ich danach nicht greifen es wird kein backup davon geben weil es einfach concealer gibt die für mich besser funktionieren dann kommen wir zum nächsten produkt von max & more action das ist ein primer face primer matt finning und von diesem primer von max & more kann ich euch definitiv absolut nicht empfehlen einfach aus dem grund weil auch hier ich glaube hier waren sogar die krassesten schadstoffe wo habe ich es hier da drin ist enthalten flüssiger klebt kunststoff ähm wird auch deklariert als gefährlich gemäß reach verordnung äh demitikon und derivativen äh zyklon nixas silux saline mein gott schwierige wörter gut ich denke sowas will kein mensch auf seiner haut haben diese stoffe sind krebserregend und ähm sollte wirklich kein mensch benutzen ähm kommt sofort für mich in den trashbeutel ja zum nächsten produkt und zwar hier das setting spray von nix drugstore und zwar ist das der dewy finish fin satin ähm satin habe ich jetzt daran nichts gefunden es riecht stark nach alkohol und ähm vom halte her überzeugt es mich nicht ähm hat mir überhaupt nicht gefallen würde ich nicht nochmal danach greifen kein backup und auch hier konnten wir Inhaltsstoffe verzeichnen die da nicht sein sollten und auch nicht auf unsere haut gehören ähm wo habe ich ihn ähm ja hier auch hier flüssiger kunststoff enthalten und äh Derivate ist sogar was drin landet sofort in den Müll so zum nächsten produkt das ist dieser Concealer hier dieser Concealer hier von Max & Moor äh auch Action na da haben wir die Schrift ja anfangs war ich ja davon ähm ganz begeistert der ist auch nicht aufgebraucht der ist noch ziemlich voll und ähm ja den habe ich so zweimal benutzt gerade so für den Allday für den Office Look und ähm ja dann stelle ich fest im Office dass dieser Concealer dermaßen grießt und so in die Fälschen kriecht ähm das sah einfach nur verboten aus deswegen absoluter Trash kommt für mich sofort in den Trashbeutel habe ich hier zu na da hatte ich keinen Barcode und deswegen konnte ich den Concealer leider nicht einscannen mit der ToxFox nächstes Produkt diese Maskerade kennt ihr euch schon zu Genüge von mir von Rivalde Loup so das ist die Rivalde Loup Mascara mein Favorite immer noch und ähm das ist die Maximum Eye End Lashes Mascara hat so ein Bürstchen und funktioniert für mich und meine Wimpern unwahrscheinlich gut ähm hat ein sehr sehr schönes tiefes Schwarz und ähm trennt die Wimpern super und macht ein wirklich schönes Volumen von mir an absolute Empfehlung ähm das konnte ich leider auch nicht einscannen weil der Barcode schon hier verwischt ist aber bei Mascara werden wir wohl gar keine Mascara finden die nicht irgendeiner dieser Inhaltsstoffe hat und solange es ja nur auf die herrschen kommt mag sein dass es jetzt ein bisschen naiv von mir gedacht ist aber ähm hier kann ich vielleicht noch ein bisschen damit leben absolute Empfehlung gefällt mir richtig richtig gut und äh gibt's auch wieder im Backup so und dann kommen wir zum nächsten Produkt und da haben wir hier die Foundation von Huda Beauty das ist die Faux Filter in der Farbe Latte Macchiato ähm ähm diese Foundation habe ich lange darauf gewartet und habe sie erst nach dem Sommer benutzt da sie mir viel zu dunkel war äh und nach dem Urlaub wo ich gut gebräunt war hat die perfekt gepasst das ist eine sehr feste Foundation die sollte man schnell verteilen und ähm gut ausblenden da die ähm ähm sehr fest ist und nochmal runter trocknet die wirkt ein bisschen leicht sticky cakey deswegen habe ich immer nur sehr sehr wenig davon genutzt ungefähr ein und halb Hubs und ähm ja hat mich jetzt nicht so überzeugt äh dass wie ich finde bessere Foundation gibt ich weiß aber dass ähm viele diese Foundation ähm gerne benutzen und das ist natürlich auch eine gute Foundation man muss es halt mögen die ist halt ziemlich fest auf der Haut sitzt zu lässt sich nicht in die Haut einarbeiten sondern sitzt eher auf die Haut und das ist das was mir so nicht gefallen hat äh dann zu Rival de Loup erneut und zwar habe ich hier den Primer von Vitamin Power das ist der hier und wie ihr seht habe ich den komplett aufgebraucht den habe ich äh benutzt in ähm im Urlaub im Italien Urlaub und habe ich auch im krasen Urlaub dabei gehabt ja spendet schön Feuchtigkeit und ähm wirkt sehr pflegend auf der Haut und ähm verfeinert eben halt die Poren ist eigentlich ganz gut hat mir ganz gut gefallen würde ich wieder danach greifen aber eher für die warmen Monate nicht eher so in den Winterzeiten habe ich jetzt sowas gehabt weil Rival de Loup war eigentlich nichts von solchen Inhaltsstoffen zu finden so und dann das kennt ihr auch schon das Genüge von mir das ist die ähm das ist die ähm das Deo von Hydrofugal und zwar mit dem Duft Duschfrischem ja das ist ähm da ist ja noch ein bisschen was drin aber damit kann ich leider nichts mehr anfangen es ist sehr wachsig hat einen wunderschönen intensen Duft der nach Duschfrischem riecht ich liebe diesen Duft und ähm ja den muss man halt leicht auftupfen weil sonst ähm hinterbleiben Rückstände das ist mir schon ein, zwei Mal passiert sonst ist auf mein Rückstand auf meine Klamotten gekommen war eher unschön muss man wissen wie man den dosiert und wie man den aufträgt ich tupfe den wie gesagt einfach auf ähm und fahr da nicht einfach mal hoch und runter sondern tupfe den wirklich punktuell auf ja und seitdem klappt es auch super absolute Empfehlung hat keine Leitschadstoffe keine Inhaltsstoffe die unsere Haut schaden und daher absolute Empfehlung immer wieder im Sommer gut dann kommen wir zum nächsten Produkt und zwar ist es die Gesichtscreme von Balea das ist Beauty Hyalur äh Tagescreme mit einem Lichtschutzfaktor 15 die sieht so aus kommt in so einem Kiegelchen in blau hier könnt ihr auch sehen der Lichtschutzfaktor 15 der mit hier innen begriffen ist ja ganz ehrlich ich halte eigentlich ähm von Cremes oder überhaupt auch von Gations mit einem ähm enthaltenen Lichtschutzfaktor wenig bis gar nichts wenn ich einen Lichtschutzfaktor wollen würde dann würde ich mir ein extra dazu nehmen sollte man auch machen gerade in wärmeren Zeit aber auch im Herbst Winter UV-Hausstrahlen sind auch dann aktiv ja und ähm diese Creme mag ich sehr gerne ich finde man merkt auch diesen Hyaluron ganz gut es polstert halt die Haut schon sehr auf es ähm erfrischt die Haut und pflegt sie ungemein ähm da dieses Produkt scheinbar noch zu neu ist konnte die Toxvox App dieses Produkt nicht erkennen da aber hier Lichtschutzfaktor 15 mit drin ist und eigentlich in jedem Lichtschutzfaktor äh es sei denn es ist Bio halt eben Mikroplastik oder Schadstoffe etc. enthalten sind wie gesagt über die App konnte ich jetzt nichts rausstellen aber ich werde zum späteren Zeitpunkt ähm nochmal testen und euch natürlich ein Update geben ansonsten bin ich mit dieser Creme super zufrieden die ist sehr reichhaltig sieht gut ein schnell und absolute Empfehlung und wenn nichts drin ist gerne ein Backup hab ich schon ein letzter eins so und dann kommen wir nochmal zu einem Setting Spray das ist von Max & More Action Max & More Cosmetics Fixing Spray Long Lasting & Hydrating und von dem war ich sehr überrascht im Gegenzug zu NYX war das ein ganz guter Setting Spray den habe ich wirklich gerne aber dazu habe ich auch leer gemacht ähm ja hat eigentlich ganz gut funktioniert Makeup hat gehalten hat schön nochmal Feuchtigkeit gespendet hat irgendwie keinen unangenehmen Duft dergleichen ähm ja kann man auf jeden Fall machen mir passt jetzt zum Beispiel oft ich vergesse dann ähm wenn mein Setting Spray sich im Ende neigt vergesse ich sehr oft mal eins nachzubestellen und ähm ich stehe dann meistens ohne da und wenn ich mir die Puderprodukte aufgebe und kein Setting Spray benutze dann fühlt sich mir die Haut zu trocken an und ich brauche unbedingt und dann würde ich vorab bis ich das dann bestellt habe meine Favoriten am Setting Spray auf jeden Fall zu dem hier greifen ja gab es hier irgendwelche Schadstoffe das war glaube ich der ähm genau das war der Primer genau nö waren keine Schadstoffe drin absolut sauber und daher von mir eine absolute Empfehlung und für so günstig Geld und wirklich gutes Produkt das kann man safe so machen ähm glaube ich würde ich wieder nachgreifen wenn ich mal wieder eins vergesse noch zu bestellen so dann haben wir noch hier von Maybelline New York Color Sensational den kennt ihr auch zu Genüge von mir in der Farbe Braun es müsste die 02 sein das ist der hier das ist ein Lip Liner ne falsche Seite ich dachte schon da wäre noch ein Spitzer aber wozu auch ja ist ein Lip Liner benutze ich sehr gerne von Maybelline ähm von der Haltbarkeit her auf den Lippen wenn man den aufgetragen hat eher mittel ähm trägt sich schon natürlich schnell ab klar wenn man was gegessen hat ähm umso schneller ähm lässt sich aber gut auftragen hat eine schöne weiche Miene gleitet über die Konturen macht was er machen soll Haltbarkeit könnte natürlich wesentlich besser sein aber wir haben hier ein Drugstore Produkt und für ein Drugstore Produkt absolut nice würde ich auf jeden Fall wieder nachgreifen und ein Backup mir davon holen ich habe aber allerdings zurzeit zwei die ich äh gerade teste das ist einmal von Zoeva glaube ich und von NYX ja absolut gutes Produkt mehr von New York kann man empfehlen und last but not least haben wir die ähm den Eyeliner den Epic Ink Liner von NYX und ihr wisst wie verliebt ich in diesen Eyeliner war davon habe ich einige leer gemacht und auch hier konnte anfangs die App als ich das erste Mal abgefragt habe ob hier irgendwelche Schadstoffe mit enthalten sind ähm nichts feststellen da das Produkt neu war und die App das noch nicht irgendwelche Daten über das Produkt hatte kurz vor dem Dreh habe ich natürlich nochmal alles abgescannt und siehe da es ist jede Menge drin aber das wird auch ähnlich sein wie bei einer Mascara ich glaube es wird schwierig werden ähm einen Eyeliner zu finden der frei von allem ist aber nichtsdestotrotz ähm das was ich da gesehen habe über die App sorry aber das brauche ich wirklich absolut nicht auf meiner Haut und ähm ich muss auf jeden Fall eine Alternative suchen die das zumindest nicht in dieser Inhaltsform besitzt ähm am besten natürlich einer der komplett frei ist von allem der vegan ist ähm ja müsste ich mich mal auf die Suche machen müsste ich mal recherchieren zur Zeit benutze ich auch mehr den Revlon ähm Eyeliner von dem ich ja anfangs gar nicht so begeistert war aber im Laufe der Zeit doch weil ähm Anfangs hatte der nicht so eine gute Farbabgabe ähm aber der hat einfach ein bisschen Zeit gebraucht so zwei drei Tage und dann ist er eigentlich ganz ganz gut gelaufen jetzt habe ich aber hier keinen Barcode um den einzuscannen und weiß nicht ob da irgendwelche Inhaltsstoffe sind die kein Mensch braucht äh ich werde es aber trotzdem nochmal prüfen ja gegebenenfalls beim Internet schauen ich gebe euch dazu auf jeden Fall nochmal ein Update ja und schon sind wir auch am Ende das waren also ach ja NYX Eyeliner Inhaltsstoffe das war NYX Spray NYX und das müsste der Eyeliner sein flüssigen Kunststoff Nanopartikel Acrylatis Copolymers Carabon Black Rousse Nano ähm ja wer möchte Rousse auf sein auf sein Lid haben ähm wer möchte flüssigen Kunststoff auf sein Lid haben was absolut krebserregend ist ich denke niemand und ähm den Rest braucht auch kein Mensch also vielleicht wenn eine Sache mit drin wäre hätte ich vielleicht noch ein Auge zugedrückt aber bei der Kette hier an ähm schädlichen Inhaltsstoffen kann ich dieses Produkt nicht bestens gewissen empfehlen also von mir aus will es keinen Backup geben ich werde auf jeden Fall nach einem neuen suchen gegebenenfalls auch bei Revlon bleiben ähm ja hierfür leider meine Meinung muss ich revidieren absolut keine Empfehlung ja so und somit sind wir auch am Ende dieses Videos angelangt vielen Dank dass ihr wieder zugeschaut habt und wenn euch dieses Video gefallen hat gebt diesem Video einen Daumen nach oben schreibt mir gerne in die Kommentare ob ihr die Produkte kennt ob ihr sie benutzt und was ihr von äh schädlichen Inhaltsstoffen ähm haltet ob ihr auch darauf achtet das wäre super das würde auf jeden Fall auch für mich eine super Information sein so ein Informationsaustausch und ähm dann würde ich sagen einen schönen Sonntag wenn auch immer ihr das Video äh schaut einen schönen Tag für euch und schaltet wieder ein wenn es wieder heißt Gina Juicy Time und ähm ja bevor ich es ganz vergesse abonniert auch den Kanal aktiviert das Glöckchen um keine weiteren Videos zu verpassen das nächste Video was folgen wird ist Jahresfavoriten 2023 und da gibt es wirklich einige Game Changer die ähm meine Make-Up Routine doch nachhaltig in die Veränderung gebracht haben welche es sein werden könnt ihr gespannt sein auf das nächste Video was am Donnerstag kommen wird bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ähm habt eine schöne Weihnachtszeit eure Gina Juicy Bye